So Leute, man muss ja auch mal Glück haben. So Leute, man muss ja auch mal Glück haben. Ich habe einen richtig, richtig, richtig geilen Spot gefunden, glaube ich. Ey, der ist einfach nur ein Kilometer weg von dem Restaurant, wo ich gerade gegessen habe. Das ist mega sicher. Das ist mega sicher. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass hier morgen früh Bauarbeiter auftauchen. Und das war ein übelster Glücksgriff. Und ich gehe jetzt nochmal ans Meer. Wie schön baden. Alter, da ist einfach jemand. Das ist mega sicher. Alter, da ist einfach jemand. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Junge.